Also, dass ich den Zier mit Linkserfee noch mache, hätte ich nicht gedacht. Ein Sonntagsmorgensstößchen, wie sich's für einen königlich-preußischen Gala hat man gehört. Psst, man ist ja inkognito. Ist doch keine Räuberhöhle, ist doch ein ganz ordentlicher Ausschank. Ja, aber für Militär verboten. Nehmen Sie das nicht ein bisschen zu ernst? Offiziersberuf, dauernde öffentliche Verantwortung, hat mein alter Herr immer gesagt. Auf dem bunten Rock kein Stäubchen, das mir Lebensaufgabe. Noch ein Bierchen? Ab und zu mal ganz schön, Zivilist zu sein, was? Tag, Puppe, Tag, Olympia. Ich weiß nicht, man fühlt sich immer ein bisschen schmuttelig. Tag, Henny. Woher kennen Sie denn alle die Damen hier, Doktor? Aus der Charité, Gesundheitskontrolle. Ah, ist ja auch bei Rösenmiet. Nicht doch auf den Stuhl, komm, sitz doch mal auf meinen Schoßen. Ich hab so schöne spitze Knie. Auch, ich bin noch wisse, Soldaten. Das ist wie ein Piepel, was ich mir hatte. Unerhört, ein Mann vom dritten Gardering-Main zu Fuß. Ein alter Sohn-Dark mit Schützen. Mischen Sie sich nicht ein, Schleitow, Sie sind hier privat und zivil. Kann das nicht mit Ansehen so ein?